hallo leute zurück zu wahlheim ja ich hatte einen kleinen 5 stunden stream und ja kleines update ist halt wir haben 100 schicht hingefunden hammer ist jetzt voll aufgerüstet und schillt ich hab noch ein bisschen zeug geholt und zwar das zeug was wir hier was sie um verloren hatte ja jetzt sich alle sei ich glaube ich eine lederrüstung egal das brauche kein mensch jetzt ja es habe ich hier das silber so weit abgebaut hier jetzt habe ich silbers durch dann hatte ich im stream tipp bekommen dass in den gebirgen ruinen sein sollen die mir sagen wo halt die drachen mutter ist aber keine ruine keine ruine hier oben ist auch keine ruine also das heißt zeug packen und mit dem schiff sinnlos umherfahren und gucken ob wir was finden gut wir brauchen zwei davon brauchen wir 20 davon und 10 von diesen komischen augen kommt nehmen wir dich mit ne ich brauche hier von dir ist so steine lassen wir hier einmal alles durch reparieren das ist durch repariert so haben wir jetzt wirklich alles portal da kann man bauen eine werkbank ganz ehrlich das holz kann man so schlagen gut ja hier ist nicht viel passiert wieder drei honig ah honig können wir für die fahrt noch mitnehmen essen noch mitnehmen haben wir noch ein bisschen essen gemacht ansonsten ist ja nicht viel passiert habe hier noch auf den inseln geguckt weil ich mal gelesen habe das in den ruinen die haben sind versorgt halt in den ruinen also tormruinen ah ja genau tormruinen sollen hinweise zu finden sein du bleibst hier dich nehmen wir mit einmal eine volle suppe einmal davon gut wirkt noch holz über aber ist also gnadenlos zehn holz mitnehmen da ist der 80 kub und sind ja gleich auch wieder gefunden so und dann können wir jetzt eine werkbank bauen auf die schnelle weil wenn es passt nehme ich mir auf jeden fall noch eine seeschlange vor also inseln suchen mit gebirgen und just for fun einfach mal hochlaufen das ist nämlich so der nächste plan ja komm oh hier ein bisschen das Gemüse rein hier gut antifrost dann kann man auch drei eier und jetzt einfach nur gnadenlos rückwärts fahren da haben wir wieder Ebbe ja es bewegt sich oder oder ja komm einfach nur gerade rückwärts jetzt sagen wir schippern hier mal rum weil hier mal nämlich auch das Dumpfland gucken ob wir da ein Gebirge finden ich bin ein bisschen weit gefahren ja im Stream kein Wind und jetzt fahren wir hier schön drauf wie sollte es auch anders sein bin mal wieder ein Held na los komm einfach nach vorne komm schon war es das jetzt ich muss jetzt auf Wind warten na komm nach vorne ach man nö komm jetzt das nehme ich schon mal offscreen festgefahren das kleine bewegt sich nämlich weniger steht da einfach vor sich hin irgendwie muss ich doch die Steine hier entfernen können gibt mir Sprengstoff der Wasserstand ist heute echt sehr niedrig na komm das soll uns sowohl schaffen oder komm gib mir Wind gib mir einfach Wind ja es entsteht Gischt aber so schnell bist du noch gar nicht es hat geschöppert das heißt wir sollten in der nächsten Möglichkeit mal kurz rasten machen aber nicht hier schönere Ecken woher wir besser wegkommen super ganz großes Kino oh mein Gott zum Glück kann man hier nicht verhungern ist das heißt das ist noch nicht geschafft mein Schiff ist leicht angeschlagen ich suche jetzt erstmal eine Insel mit einer mit einem Berg drauf mit einem Gebirge alles was so in der Nähe ist habe ich ja auch kein Gebirge glaube ich einfach mal hier waren wir schon drauf auf der Insel ist nix alles in einer unmittelbaren Umgebung ist nix aber es gibt garantiert noch andere Inseln hier von meinem Glück muss ich hier hinten hinfahren weiß nicht kann das Schiff mehr Tiefgang haben durch die Eier aber irgendwie haben wir ein bisschen Schlagseite wir fahren schön dran vorbei ist sehr weit wie den Kontinent auftauchen oder eine Insel müsste bald auftauchen da ist was da vorne kommt doch schon was ich werde zumindest einen Hinweis bekommen wo wir hin müssen oh das sieht nach Berg aus also einfach mal drauf zuhören und das sind diese kleinen Inseln Inseln ist ein bisschen übertrieben gesagt das ist ein riesengroßes Lebewesen da kriegt man steht hin drauf einfach mitten im Ozean ein paar abgebaut dann verschwindet das Vieh hier ist Sumpfland Sumpfland möchte ich auch nicht unbedingt anlegen Sumpfland habe ich erstmal die Nase voll Grasland oder dunkler Wald was haben wir hier was haben wir hier okay Grasland hat doch kein Gebirge drauf aber nur Wolken das dunkler Wald oh Gott wir sollten einfach mal reparieren ich lege jetzt einfach mal hier an und repariere das Schiff gib mir einfach das Holz gut na komm sicher kein gebirge könnte gebirge sein na komm weg von dem von den steinen haben wir es mal wieder repariertes schiff da ist doch das gebirge kommen wir reparieren zerstört das schiff wieder das gebirge wenn wir einmal gucken das schiff werden wir einfach da parken wo wir gut wegkommen und zwar hier einfach ganz simpel gegen ballern na komm irgendwie müssen wir das schiff und dann stellen wir das seitliche hin perfekt so haben wir alles bei wir haben alles bei gut dann gehen wir mal auf erkundungstour machen wir mal klein wenig längere pause als das hier eine sekunde bin sofort wieder da so die story hat geklingelt ja jetzt finden wir kupfer en masse ja habe ich genug erstmal zu hause bei finden ist erst nicht das problem von distil mittlerweile jetzt gucken wir mal jetzt haben wir mal wieder ein gebirge gefunden ja wir können uns auch zu wehr setzen so ist es nicht der eisschaden ist echt schon geil ja gibt es alles ausgemaxt mit silber oh Gott ich hasse es und zurück auf anfangen ja auf diesen weißen flächen bleibt man ja mal stehen zum glück brauchen wir keinen wir brauchen was zu essen ja jetzt haben wir wieder er sieht mich noch nicht da ist noch ein drachenei hinterhältigkeitsbonus oh jetzt wird es nacht brenne weg mit dir weg mit dir oh jetzt kommt es raus na komm her weg mit dir zu stabil jetzt wird es dunkel verdammt tags aber komm her jetzt kommen sie raus aus ihren löchern oh 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 außer du bist immer gegen Eis ja rück war besser in letzter zeit sehr viel umher gelaufen aber wir machen die folge ein bisschen länger oh 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 klingt ist viel die andere keule habe ich nicht mit aber ich habe genug essen mit bloß nicht noch gespeichert ah äh ja ist ja gut mein junge ist ja gut komm her ich bin schon gut hätte ich zuhause lassen können ruhig nicht freu ich nicht mehr nicht mehr so na komm ja ich heile mich schneller als du mir schaden machen kannst ich schmecke meinen hammer ich schmecke meinen hammer noch einwand es hilft mir es ist nacht naja komm her komm doch komm doch komm komm hm könnten wir eigentlich habe ich einen Heidrank bei ja könnten wir ja nicht hier hinlegen vielleicht finden wir ja einen werwolf guck mal eine fliegende Fackel guck mal eine fliegende Fackel laufen wir mal ein bisschen rum hier oh gut gut durchfall auf die Nase ey sag jetzt nicht hier ist auch im im Gebirge nicht eine Ruine bisher ein Hinweis ist hier irgendwas ne es muss doch irgendwas geben aber es ist bei mir momentan wahrscheinlich aber nicht einfach durch die Gegend renne alle Gebirge abklappe und irgendwann mal so ein Altar finde das das ist das das ist das ich glaube ich glaube ich genug von von diesen getötet habe und noch mehr davon dann erstmal Fälle mitnehmen mach ich mir schöne Bettvolliger draus weg weg und erstmal ein paar Wölfe Wölfe schnitzeln muss man ein bisschen aufpassen und werwolf sein richtig äh stark sein keine Ausdauer die arbeiten hier zusammen die Schweine meine die Wölfe sind ja keine Schweine ja schießt die Tanne ab er leuchtet mir den Weg fliegende Fackel nö die habe ich gefunden die Pfeile tschüss ich bin ja voll ja Steine brauche ich ja bin halt voll kann ich diesen sinnlosen Mist brauche ich den ich mitnehmen so gucken wir mal weiter muss ja schlichtweg irgendwo irgendwas geben das ist ein bisschen rum vielleicht sind ja so angrenzend ruin ich bin ja abgeholt Junge die einfach runter geholt irgendwas rausschmeißen dafür ich brauche diese frostdüsen ja fliege meine Fackel fliege das wird echt lästig das könnte man rausschmeißen die Düsen muss ich mitnehmen ja Fleisch habe ich genug erstmal das ist ja mittlerweile schon Massenware bei mir da muss ja auch nix da ist ein Werwolf da ist er hallo da kämen wir halt ein Werwolf Alter ist er schnell komm mal her ach komm schmeckt mein Hammer da aber das nicht gerechnet war kein Ring wow hat mir ein bisschen mehr erhofft und der ist schöne schwarze Spuren war ein Werwolf erlegt naja war die Folge nicht ganz umsonst jetzt könnte es auch mal wieder ein Tag werden einfach Ausdauer ja die fliegende Fackel da brauche ich momentan alles gar nicht ich will doch einfach nur die Drachenmutter gib mir die Drachenmutter ich bin würdig ich bin doch so einer dann werdet ihr echt nervig da ist noch da ist noch ein Werwolf komm mal her komm mal her komm mal her mein Digga komm her komm sogar schon runter zu dir komm her ja ja ist ja gut komm her ich hab ein Schild weg mit dir oh ich bin der große Werwolf mhm bla 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 ist halt beim Hammer und der ist gut nö hier siehts auch nicht so aus das wird wieder Tag das wird wieder Tag gut haben wir den Werwolf auch zerlegt zweimal na da was war das irgendwas hab ich doch gerade angegriffen hier noch ein Fragmente ich einfach mal so ein Wegweiser mitten im Weg stehen gut wenn wir noch einmal außen rum rennen und gucken ob wir da was einigermaßen sinnvolles finden vielleicht gibt es ja eine angrenzende Ruine wie der noch zu diesem Biom hier zählt aber wie der noch zu diesem Biom hier zählt aber Rübin Ach Mensch Bildschwein, Hirsch Ja uuuuh wieder zwölf Fälle nochmal hoch gucken vielleicht sieht man ja hier noch irgendwo den Bären habe ich erstmal ok kann man was rausschmeißen ne schade ich guck erstmal ob es hier angrenzende Ruinen gibt gut wir sollten ja eigentlich auch schon zu dem Biom zielführend sein ne jo unten ist noch Eis aber auch keine Ruine egal ich würde auch bis jetzt Ende der Welt fahren aber sollte man mal ein Ziel haben ja ja spannt euch entspannt euch einfach noch einmal rumlaufen und dann einsatz mit x hat war wohl nix ne hier ist auch nix ja so geht es mir halt immer ja in jedem Gebirge mein Glück mein Glück muss ich wahrscheinlich so lange fahren dann ich irgendwann mal ein Altar von alleine finde ah ah ja habe ich bei Portal habe ich bei ich baue ich einmal mal schnell ein Portal auf ohne Waffe sind wir ein wenig schneller da haben wir auch nicht genau das ist was ich meine ja muss ja irgendwie kenntlich sein dass ich muss ja die Eier auch irgendwo ablegen können guck mal hier nochmal haben wir schon oben drauf hier ist nix hier ist gar nix ah ah ich habe genug von euch schon erschlagen hier ist nix hier ist einfach gar nix gut so ab zum Schiff und dann muss man Marmelade rein ab zum nächsten Gebirge genau einfach geradezu ah gut alles klar ihr seid anwesend das ist ja gut jetzt das ist ja gut jetzt wenn sie ein bisschen von euch gefällig werden können sind die mit zwei Sterne äh Elite Pondor ihr könnt ja gar nix 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 Einmal zum Schiff und dann werde ich auch die Folge beenden. Wie ihr seht. Ihr seht es ja selber. Es ist momentan einfach ein Krampf. Aber okay. So ist das Spiel halt. Mein Schiff liegt vor Ort. Was ist mein Laderraum wieder voll mit Zeug? Was brauchen wir also nicht? Wir brauchen dich nicht, dich nicht, dich nicht und dich nicht. Das kann man aber auch halten. So Leute, ich setze mich jetzt mal hier hin. Und ich würde jetzt sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.